Musik Ja hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Grim Dawn. Wir haben beim letzten Mal einen Bossgegner erledigt, wir haben verschiedene Aufträge erledigt. Ich weiß gar nicht wie... Ach, lass mich doch in Ruhe. Oh ja, ich muss dringend verticken. Das mache ich jetzt mal auf die Schnelle. Äh, lalalala. Wir können jetzt hier mal eben so machen. Keine Frage. Nein. Ähm, nein. Äh, lalalala. Nö. Das hier noch mit behalten wir mal. Wir sortieren mal eben kurz. Hier haben wir verschiedene Gürtel. Gürtel. Nein. 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 Ähm, lalalala. Vier Geist interessiert mich nicht. Grüne Stiefel mit 155 Rüstung. Ermutigt mehrere Ver... Na, das hilft mir auch nicht wirklich. Das kann weg. Das kann weg. Das kann auch weg. Das ist der mit dem er ist. Auch schlechter. Äh, ha, 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 ha. Ich meine, Schadensreflexion ist auch nicht so scheiße. Äh. Elementarschaden. Wir machen hier Verbrennungsschaden. Macht weniger Rüstung. Ähm. Bolzenspucker. Macht 13 Schaden weniger. Allerdings eine höhere... Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Oh, ja. Auf jeden. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz geschaffen. Und gehen zur nächsten Quest, die uns hier unten erwartet. Genau hier. Ein kleiner Gras. Nö, 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 nö. Okay. Okay. Gut gut. Aha. Ja, das macht ja nichts. Das geht nicht raus. Okay. Ja, damit haben wir eine neue Quest. Mehr Queste haben wir auch gerade aktuell nicht. Abgesehen davon, dass wir uns der eine Schlüssel eben halt, wo ich nicht weiß, wo wir da rein sollen. Ähm. Na, Twin Falls. Twin Falls, das ist da. Okay. Damit wir uns auch nicht wieder komplett durchfighten müssen. Haben wir den nicht aktiviert? Ich bin mir relativ sicher, dass wir ihn aktiviert haben. Wir gucken nochmal. Habe ich den beim letzten Mal dezent übersehen? Oder wie darf ich das, äh, verstehen hier? Das gucke ich mir jetzt nochmal an. Ach, je, Leute. Fangt nicht an, mir auf den Senkel zu gehen. Schrott nehmen wir natürlich. Ich will nur gucken, was... Ach, je, mene. Na, komm. Alter, wer bist du denn? Auf jeden Fall bist du ein Endboss. Also, beziehungsweise ein, äh, Elite-Gegner. Nicht gut. Gar nicht gut. Machst du also dasselbe wie ich, ja? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ich sagte schon, ach, ich habe auch meine ganzen Fähigkeiten nicht an. Das war ja geschickt. Äh, die sieben und die acht. So. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Arschloch. Tagchen. Na, 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 na. Wir wollen es hier nicht übertreiben, mein Freund. So, das war das. Äh, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Können wir nehmen, können wir nehmen, können wir nehmen. So, jetzt möchte ich aber trotzdem zu dem Zerstörer schreien. Ach, Jungs. Wenn ich jetzt richtig, ja, würde ich sagen. Ihr dürft euch erstmal schön auf die Fresse geben, habe ich kein Problem mit. Lass das. Drei Level überall von mir, ich glaube es ja nicht. So. Wo ist jetzt dieser zerstörte Schrein? Wenn wir den so lange haben. Lalalalalala. Lalalala. Ach ja. Ist Ruhe? Okay. Abfahren wir. Nehmen wir natürlich. Das andere, ganze andere Zeug nehmen wir nicht. So. Was war das? Dann machen wir uns wieder vom Acker. Was fahren wir da eigentlich? Wir haben noch ein Büchlein aufgenommen. Okay. Okay. Im Roverlager. Der will das Büchlein also haben. Was ist da so schönes drinne? Eisenstücke nehmen wir. So. Dann geht es jetzt wieder zurück. Weil eigentlich wollte ich hier gar nicht rauskommen. Da hatte ich mich jetzt einfach nur verklickt. Aber gut. Wir haben den Schrein mitgenommen. Was ja auch eine Menge wert ist. Das muss man auch mal so sehen. Devotionspunkte nehmen wir immer gerne. So. In die Richtung müssen wir. Wie sieht es denn hier so aus? Auf jeden Fall heller. Da ist eine Quest. Na dann. Ach, hau ab. Was anhaut ab, war jetzt nicht zu verstehen. Lass das. Jungs, hier gehen wir echt ganz schön auf die Eier. Ich weiß nicht. Irgendwie gefällt mir so eine Arbus ja nicht so. So eine Knarre ist ja irgendwie cooler. Da war was. Da hat was geblinkt. Hallo. Wusste ich es doch. Äh, nehmen wir mit. Tagchen. So. Leck mich. Sag mal, geht es noch? Sag ich doch. So, was ist das? Naja, Klingenstrahlkolben ist jetzt nichts, was ich unbedingt brauche. So. Kann ich da nicht von unten irgendwo lang? Wäre doch schön. Ansonsten kann ich mich ja rein porten. Äh, lalalala. Ne, da ist wohl nicht wirklich reinkommen. Gehe ich einfach mal hier. So. Jupp. Was ist da? Da gehe ich jetzt aber nochmal gucken. Da ist auf jeden Fall noch mehr, so wie es aussieht. Einfach mal eine Runde umschauen. So, was haben wir hier denn? Guten Tag. Ich habe gehört, was du getan hast. Cronley war ein furchterregender Mann. Ich hätte nie gewagt. Nicht eher ich aber. So. Das sieht nach einer Quest aus. Alicia. Die Nachricht von Cronleys Niedergang hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Unser Aufseher Silas floh beim ersten Wort. Endlich sind wir alle von Cronleys Unterdrückung befreit worden. Und das alles dank dir. Ja, sehr gerne. Ich weiß nicht, wie wir dich dafür belohnen können. Aber nimm bitte diesen Schrott. Ja, mache ich. So, das hätten wir auch. Marschieren wir hier mal ein bisschen rum. Aber ich werde nochmal wissen, was ist mit da oben? Da ist ja noch irgendwo... Hä? Hä? Da sollte jemand stehen, tut es aber nicht. Also entweder gibt es hier irgendwo einen Keller, den ich jetzt gerade mal nicht sehe, oder das ist in der Höhle. Gehen wir hier einfach mal entlang. Ansonsten scheint hier das Ganze relativ ruhig zu sein. Ich kann jetzt nochmal in das Haus hier gehen. Okay. Ich frage mich allen Ernstes, wie man da zu jemandem hinkommen soll. Ne, da muss ja irgendwo eine Höhle oder so sein. Ne, gut, dann gehen wir hier durch. Durch die Vorhills. Sich ja einfach rausporten. Ne, so was macht man hier auch nicht. Es gehört sich einfach nicht. Ach, Mann. Na, lasst ihr das vielleicht mal? So, das war das. Ach, ja, Mann. Ach, was war das denn? Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Hallo, stirbst du heute nochmal? Ich kann ja wohl nicht mehr angehen, ja. Kiste. Aber da kommt ja ein bisschen was raus. Wir nehmen das erstmal alles mit. Okay. Ist das hier gerade ein Freispiel oder so? Na, 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 na. Werden wir wohl auf damit? Alter, lass das. Hallo. So. Stirb. Sag ich doch. Ich glaube, ich kann gleich schon wieder verkaufen gehen. Nein, das ist unfassbar. Aber gut. Kann ich da irgendwie rein? Ja, das kann ich. Höheneingang. Mal gucken auf die Map. Da muss ich auf jeden Fall hin. Nun gut, wir werden sehen, wo wir hier rauskommen. Mal wieder eine Mine. Ich glaube auch, dass wir... Höhenausgang. Hier waren wir schon mal. Das ist mal so sicher wie das Arme in der Kirche. Hier waren. Ach, Mann. Ja, Mann. so jetzt reicht aber hier sage ich doch so wo sind wir jetzt ja super das hat es jetzt ja richtig gebracht okay ich muss auf jeden fall hier noch mal rein lalalala das war doch der fort oder nicht ja ich glaube ja gut dann erkunden wir noch mal rollies versteck nicht rollies da ist ein ausgang das ist aber wir können aber eben hier die gegner weg machen rennt doch alle dadurch genau dafür war es gedacht du könntest auch mal aufhören mit der scheiße so 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 da ist ein ausgang das wollten wir nicht aber wir haben zumindest die typen hier weg gemacht das können wir auch noch mal eben hier öffnen so okay dann werde ich mich jetzt noch mal im nachhause porten und damit beende ich diese folge ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag viel spaß beim schauen ich hoffe euch gefällt es und ihr dürft gerne was in die kommentare schreiben beziehungsweise ein like oder ein abo da lassen würde ich mich drüber freuen wünsche euch noch einen wunderschönen abend und sage mal bis bald dann tschüss bis bald Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020